So, da sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe, nämlich Gleite mit einem Huhn bei Kolossal Probes. Wo holen wir uns die Hühner? Natürlich hier an der Hühnerfarm. Ich war da gerade schon mal, natürlich war ein Gegner schon da, hat gelootet. Ich habe mir versucht schnell einen Huhn zu nehmen und da rüber zu springen. Aber natürlich hat er mich in der Luft weggeholt, ist ja klar. Wir versuchen das Ganze jetzt einfach noch einmal. Ich kann euch auch sagen, also die Aufgaben die Woche, die nerven. Und mit dem Wächter zum Beispiel, habe ich schon gesagt, brauche ich eigentlich nicht mehr. Nächste Woche fängt die neue Season an. Aber für hier die Aufgabe, euch zu zeigen, musste ich natürlich hingehen und musste die Schweine farmen. Nicht farmen, sondern zähmen. Hat natürlich auch nicht funktioniert. Was heißt nicht funktioniert? Ich habe einfach keine Schweine mehr gefunden. Gefühlt nirgendwo Schweine da gewesen. Bei Kolossal Probes, klar, könnt ihr euch natürlich die große Farm holen. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, das ist die bekannteste Stelle im ganzen Spiel, was Schweine betrifft. Und natürlich war da auch die Hölle los. So, jetzt probiere ich es hier wieder. Knapp, schnapp mir einfach einen Huhn. Und dann würde ich sagen, Abfahrt darüber. Ich hoffe, da stieß mal einfach meine Ruhe ab. Bitte betet für mich mit. Also ich bin froh, wenn hier das Video hochgeladen ist und erstmal Ruhe ist bis nächste Woche, bis die neue Season anfängt. Weil die Aufgaben hier, Gott, ich habe jetzt zwei Stunden gebraucht, um drei Schweine zu zähmen. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie es mir gerade so geht. Der natürlich immer so schnell wie möglich für euch die Aufgaben hochgeladen haben will. So, jetzt rufe ich nur, dass mich hier noch einer sieht und dass ich hier langsam mal ein Kolossal Probes bin und das ganze zählt und... Mach keinen Blödsinn. Ach, da hinten ist ein Gegner. Warum zählt die Aufgabe noch nicht? Kriegt ihr gleich einen Anfall, gell? Springen wir hier höher. Ja, das Huhn, das kommt mir auch vor als für mich das paar Äppeln. Da seht ihr schon, die Schweine auch noch am Farben. Ich traue mich, das Huhn nicht abzusetzen. Na, zählt auch nicht. Ich werde hier wahnsinnig. Wir sind doch hier in Kolossal Probes, wieso zählt das nicht? Oder es dauert wieder 100 Jahre, bis es gewertet wird? Wir kennen ja Fortnite. Ich bin jetzt einmal durch ganz Kolossal Probes durchgeglitten mit dem Huhn. Gucken, nochmal von hier oben. Also mehr gleiten kann man auch nicht mehr, oder? Wie seht ihr das? Er will natürlich jetzt den Kill abstauben. Wir kennen das ja. Kleid mal hier nochmal rum. Aber ich sehe gerade, da hinten ist auch noch ein Huhn. Also, falls ihr nicht unbedingt an die Hühnerfarben wollt, hier laufen dann auch noch freie Hühner rum. Aber das bringt mir nichts. Die Aufgabe zählt einfach nicht. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Habe ich mir jetzt den ganzen Stress umsonst angetan? In Anführungszeichen. Und jetzt geht dieses blöde Huhn nicht. Kleid mit dem Huhn bei Kolossal Probes. Ach, hier rennt auch noch ein Huhn rum. Ich hole jetzt mal einfach das Huhn. Ihr kennt mich, ne? Ich würde am liebsten ganz viele böse Sachen sagen. Ich versuche jetzt hier noch höher zu kommen, aber eigentlich müsste das hier schon easy reichen. Och Mann! Das ist wieder eine Aufgabe verpackt. Also, ohne Quatsch, ich weiß nicht, was ich hier gerade noch machen soll. Wenn ihr die Aufgabe geschafft habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Weil hier geht gefühlt gar nichts. Entweder bin ich zu blöd, mit dem Huhn zu kleiden, oder keine Ahnung. Aber kleide mit einem Huhn bei Kolossal Probes. Also, da frage ich mich heute gerade wirklich, was sollen wir denn noch machen? Außer mit dem Huhn kleiden bei Kolossal Probes. Jetzt war ich natürlich gar keine. Aufgabe hat nicht gezählt. Wie gesagt, derzeit mal wieder wahrscheinlich ein Bug. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Wenn es einer hingekriegt hat, wie gesagt, schreibt mal rein, wie ihr es gemacht habt, damit die anderen das eventuell dann nachmachen können. Und in dem Sinne, danke für's Zuschauen. Wir lieben dieses Spiel ja. Und in dem Sinne, haut rein! Vielen Dank.